Die Schülerinnen und Schüler haben sich unglaublich gefreut, wie die Freundinnen und Freunde in einer gesammelten Klasse, in einem gewohnten Schulbetrieb zu sehen. Aber natürlich herrscht noch irgendwo Skepsis vor, wie es wohl weitergehen wird. Und das mit der Teststrategie ist noch vielleicht ein wenig verwirrend, aber das ist eindeutig Learning by Doing und irgendwann mal fädelt sich das auch schon ein. Schulstart mit Covid. Wie ist denn das so? Was kommt denn da auf die Schüler zu? Ja, also wir haben ja generell den ganzen Stufenplan, also ein ganzes Konzept, an welches wir uns halten müssen. Und da haben wir regionale Maßnahmen. Die haben wir auch schon letztes Jahr gefordert, dass man eben schaut, dass wirklich die Schulschließungen die absolute Notmaßnahme sind. Wir als Bundesschülervertretung sagen, es ist eine Notmaßnahme. Wir sagen auch, dass wir den Praxisunterricht unter die Lupe nehmen müssen, dass wir den Sportunterricht und den Musikunterricht ebenso unter die Lupe nehmen müssen und schauen müssen, ob das eben sehr viel Sicherheit gibt. Und das Weitere ist auch eben Impfaufklärungen an den Schulen eben zu geben, um zu zeigen, ja, wie viel eben die Impfung bringt und damit sich eben mehr Jugendliche impfen können. Bildungsminister Heinz Faßmann hat im Sommer den neuen Plan, einen Drei-Stufen-Plan für die Schulen hier auch entsprechend präsentiert, der heute auch in Kraft getreten ist. Wie sieht man denn dieses Sicherheitskonzept aus Schülersicht? Wir freuen uns natürlich, dass wir uns testen lassen können, PCR-Testen lassen können. Also ich glaube, das steigert die Sicherheit wirklich ganz gewaltig im Gegensatz zum letzten Jahr. Und genauso eben Konzepte wie die Luftreinigung oder sonstige Sachen bringen einfach Sicherheit. Und genauso sehen wir auch, dass Lehrkräfte, viele Lehrkräfte geimpft sind und das bringt auch im Endeffekt Sicherheit. Das heißt, dass wir uns auf jeden Fall sicherer fühlen, trotzdem aber Angst haben, dass eben eine Schulschließung kommt. Wenn man sich die Impfzahlen ansieht, dann sieht man das vor allen Dingen natürlich gerade bei der jüngeren Bevölkerung, also sprich 12- bis 17-Jährige bei den Schülern, dass da die Impfquote noch relativ gering ist. Warum ist denn das so? Also ist es so, dass eben einerseits vielleicht das Thema nicht so ein großes ist oder ist es, weil man vielleicht noch zuwarten möchte? Oder woran liegt es denn? Oder fühlt man sich auch nicht abgeholt von der Politik? Die Aufklärung fehlt. Wir fragen uns das auch sehr stark als Bundesschulvertretung, wieso die Impfquote so niedrig ist. Wir meinen, es kommt auch stark auf den Elternhaushalt an. Und weiter sind es die Medien. Also ich glaube einfach, dass wir die meiste Informationen aus den Medien holen, obwohl eine sichere Quelle die Schule wäre. Und deshalb fordern wir als BSV, dass in den ersten zwei Schulwochen alle Schulärztinnen und Schulärzte durch jede Klasse gehen und die Impfung eben erklären. Und das Zweite auch, dass man einen verpflichtenden Elternabend an den Schulen durchführt, wo eben die Impfung nochmals erklärt wird und wie viel Sicherheit es an dem einzelnen Schulstandort gibt, um einfach direkt an die Schülerinnen und Schüler zu kommen und nicht sich auf die Medien zu verlassen und dass sie von dort dann eben die Informationen haben. Das klingt nach einem sehr vernünftigen Vorschlag. Kommt der auch an oder wird der auch als solches entsprechend wahrgenommen? Ja, hoffentlich. Wir fordern ihn seit heute mit dem Schulstart und hoffen, dass die BSV wieder mal gehört wird. Aber wir glauben, dass es Autonomie ist an den Schulen und dass die Schulen diesen Vorschlag hoffentlich aufnehmen und daneben umsetzen. Was sind denn aktuell die Probleme der Schüler mit den aktuellen Regeln, also mit den Corona-Regeln? Probleme gibt es nicht wirklich. Natürlich ist es ein bisschen verwirrend wegen den unterschiedlichen Stufen, wann eben welche Stufe an der Schule kommt. Genauso mit den Schulstufen, also in den jeweiligen Altersgruppen gibt es dann auch irgendwie andere Maßnahmen. Aber im Endeffekt bemühen sich die Schulleitungen gerade sehr. Ich habe heute sehr viel positives Feedback bekommen. Viele haben gesagt, das war eigentlich eh ganz gelassen. Das Problem ist einfach nur, dass jetzt schon mit dem Stoff gestartet wird, jetzt schon Druck gemacht wird, dass bald Schularbeiten kommen. Und das verstehe ich nicht. Das sage ich einfach, man soll die Schülerinnen und Schüler nach diesem Schuljahr einmal in der Schule ankommen lassen, mal den Stoff festigen und dann kann man weitermachen. Also das ist gerade einfach eher ein Problem und auch die mentale Gesundheit. Also die psychische Gesundheit wird gerade gar nicht angesprochen, obwohl gerade sehr viele Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben wegen dem. Und ich finde, man sollte das auch absolut zu einem Thema machen. Es war es eben so, bei mir zum Beispiel, ich war selber mit 16 ein Jahr lang in den USA, in der Highschool, habe dort, wie ich zurückgekommen bin, musste ich erst wieder lernen, wie man eigentlich wirklich lernt, weil ich darüber nicht wirklich so viel es gewohnt war, auch zu Hause Stoff zu lernen. Geht es auch jetzt im Moment gerade vielleicht auch vielen Schülerinnen und Schülern so, dass man sich erst wieder gewöhnen muss an dieses normale Schulsystem, an den normalen Schulbetrieb, weil ja doch das letzte Jahr sehr, sehr anders war als ein normales Schuljahr? Ja, eben. Also ich meine, dass man in den ersten drei Wochen wirklich darauf schauen muss, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule ankommen mental. Also dass sie wieder in diesem geregelten Schulbetrieb, dass sie immer mit dem Bus fahren müssen in die Schule oder Sonstiges, dass sie wirklich dann auch reinkommen müssen, eine Routine aufbauen sollen, weil wir die ganze Zeit letztens ja aus dieser Routine rausgerissen wurden. Deshalb muss man uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ich weiß, es gibt den Schulstoff, den man durchdrucken muss, aber das ist nicht das Allerwichtigste, das ist nicht das A und O. Wir schaffen es trotzdem in diesem Bildungssystem, dass wir da Schülerinnen und Schüler mit allgemeinem Wissen haben. Also da sollte man mit dem Druck wirklich nachlassen. Wir haben sehr viel gehört auch davon, dass eben gerade Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr mit diesem Homeschooling sehr viel auch unter psychologischen Folgen gelitten haben oder dass es auch psychologische Probleme gegeben hat. Wie ist denn das so, also auch aus Erfahrung in der Schule selbst? Was passiert denn da zum Beispiel? Wie macht Sie das bemerkbar? Ja, das macht sich schon ganz früh bemerkbar. Also man kann nicht erst anfangen, jetzt eben über Schulpsychologie zu sprechen, wenn man erst, also dann merkt, okay, die Schülerinnen oder Schüler weist bereits depressive Symptome auf. Also man muss schon viel früher eben diese Anlaufstelle, die akute Anlaufstelle anbieten und die gibt es einfach an den Schulen nicht wirklich. Und wir als BSV arbeiten gerade mit dem österreichischen Bundesverband für Psychotherapie zusammen, um zu schauen, dass eben Schulpsychotherapeutinnen und Therapeuten an die Schulen kommen, weil sie gerade unbedingt notwendig sind, weil wir immer mehr merken, wie müde die Schülerinnen und Schüler sind, wie wenig Lust sie auf den Schulstart teilweise haben. Und da kriege ich sehr viele Nachrichten auch dazu, dass sie einfach die Energie nicht dazu haben, jetzt so ein Schuljahr, wieder ein Corona-Schuljahr durchzudrücken. Und deshalb sagen wir, dass das eine der wichtigsten Sachen eigentlich in der Krise ist, eben psychologische Unterstützung. Und es wird eigentlich überhaupt nicht angesprochen. Wir sind die Einzigen, die gerade eben das in den Mittelpunkt stellen. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, dass eben Schüler und Schülerinnen Nachrichten schreiben, dass sie das schwer durchdrücken können, was kommt denn da konkret oder warum? Was sind denn da so die Sachen, die eben bei den Schülerinnen und Schülern, die psychologische Probleme haben, was kommt denn da konkret von denen in den Nachrichten? Gibt es da auch Beispiele zum Beispiel? Also das ist das größte Problem, die die Schularbeiten oder generell eben der Notendruck oder auch Zukunftsängste. Also wir sind gerade in einer Krise, die eben wo unsere Jugendzeit eingeschränkt hat. Und wir sind in einer weiteren Krise, das ist die Umweltkrise, die von der anderen Seite irgendwie unsere Zeit einschränkt. Also wir sind gerade als Generation Z eben die Generation, die sich sehr eingeschränkt fühlt und weiß aber, dass wir nicht diejenigen sind, die das dann trotzdem entscheiden. Also wir versuchen einfach klarzumachen, dass wir von der Politik auf jeden Fall mehr gehört werden sollen, dass wir als Jugend mehr in den Mittelpunkt gestellt werden müssen und viel mehr entscheiden wollen über unsere Zukunft. Da schon einige einfach Zukunftsängste haben. Sie wissen überhaupt nicht, was sie studieren wollen oder in welchem Beruf sie tätig sind, weil sie sich gerade einfach darauf konzentrieren, überhaupt die Schule zu schaffen.